Ah, ihr seid da. Dort oben ist das Labor. Und die Truppen des Bundes. Diese Narren bewachen das Labor. Sie wissen nicht, dass Malakai direkt dort erscheinen kann. Und uns halten sie stattdessen auf. Seht euch diese Turmbarriere an. Mit Steingargäulen könnten wir durchbrechen. Wir sollten versuchen, noch eine Erdessenz zu finden.